Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich bin heute natürlich... Alleine, ich habe dabei den lieben Alphastein. Ganz genau, den lieben ICry Max. Basketab, Leute. Und den wunderbaren Herrn Sturmwaffe. Guten Tag, Leute. Hör auf! Wir spielen heute eine Runde Heidenstieg in Lucky Landing, Leute. Denn der liebe Max hatte gerade eine ganz fatale Idee, Leute. Ich würde sagen, wir schauen auch mal, ob das so funktioniert. Bei soher habe ich mir überlegt, Leute, dass man jetzt quasi... ICry Max, Alphastein. Was? Krankkraft, ja. Was? Nein. Krankkraft... Ja! Wie absolut anstrengend. Direkt wieder am Anfang, Mann. Es ist einfach wieder stark belastend. Das muss nicht sein, Alphastein. Lass es einfach. Jetzt mal ganz kurz, Alphastein. Bau hier bitte nichts ab oder mach irgendwas kaputt, mein Freund. Wieso ich? Weil du der Einzige bist, dem man das sagen muss. Weil alle anderen das einfach verstehen. Ja, ja. Also Max, erkläre mir, was ist deine Idee? Warte, ich zeige dir kurz. Ich hole Holz. Einfach nur diese Wege quasi. Und was hat man dann davon? Dann hat man davon, dass es quasi zwei Schichten entstehen. Man kann quasi einmal hier unten sein und einmal oben auf den Schiener. I see, I see, I see. Also einfach nur hier dieses Wege zu machen. So doppelt gemoppelt, brother. Ah, das ist gar nicht mal so dumm. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das ganz kurz. Wir fahren mal ganz kurz ein bisschen Holz, Leute. Und sehen uns dann gleich wieder. By the way, hatte ich mir noch eine andere Challenge überlegt. Und zwar, dass man einfach, wenn man sich dann quasi versteckt, nebenbei auch die ganze Zeit immer wieder tanzen muss. Das heißt, man cutt quasi als Sucher das Glück. Was denn, Alphastein? Alphastein, kannst du vielleicht einfach für eine Minute auf zwei das Maul halten? Mit zwei. Ganz genau, das erwarte ich von dir, dass du das Maul hältst. Genau. Und quasi ist die Idee, dass man sich gegenseitig dann immer wieder hört. Man kann sich natürlich dann noch wegbewegen, was das Ganze dann irgendwo ein bisschen einfacher macht. Alphastein, warum baust du diesen Baum ab? Okay, ich würde sagen, wir sind soweit fertig. Ich glaube, okay, auf zwei Ebenen verstecken ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ich glaube, das funktioniert richtig, richtig gut. Ah, wir machen halt ein Sieg. Ja, was denn? Womit hast du denn gerade gerechnet, Alphastein? PvP-Battle. Ach so, ja, nee, PvP-Battle, das wäre eine normale Runde für Fortnite. Hör auf mich zu verarschen, komm jetzt einfach hier runter und gut ist. Ich würde mich bereit erklären, das erste Mal zu suchen, wenn ihr das möchtet. Ihr müsst, wie gesagt, wenn ich euch dazu aufrufe, natürlich ein kleines Tänzchen vollziehen, damit ich natürlich eine Ahnung habe, wo ihr seid, beziehungsweise, ja, die ganze Zeit tanzen ist schon ein bisschen zu OP, oder? Ja, du kannst ja immer mal fragen. Hört mal diejenigen direkt. Ihr versteckt euch gerne schon mal und dann komme ich gleich einfach, um euch zu suchen. Ich zähle jetzt einfach schon mal runter. Äh, von 20, oder? Das passt doch so. Wollen wir mal 20. 19, 18, 14, 13, 10. 14, 13, 10. Alles klar, Digga. Ich komme. Ich komme. Ich bin Gomme. Okay, warte, ich ziehe mir jetzt den Schilddrang hier rein. So, und dann komme ich sofort. Ich würde sagen, liebe Versteckte, es ist an der Zeit für euch zu tanzen. Los, tanzt, damit ich euch finde. Los, tanzt. Einfach, du musst tanzen, du musst nicht springen, Alter. Was ist denn los bei dir? Er fängt einfach an zu springen. Sieht mich denn jemand? Nee. Okay, what the hell. Ich kann schießen. Ja, okay, schieß mal. Ach nein, schieß bitte nicht. Okay. Schieß mal. Kann man die Ballons reißen? Lol. Stein, bitte schieß mal. Och nein, schieß nicht. Und tanzt, los, tanzt. Tanzt. Standard-Tanz, Alter. Hä? Oh nein, oh, Ralfa, nein. Das war einfach nicht smart. Das war einfach nicht okay. Oh, da war noch eine Falle. Oh, Junge. Ich habe extra kalkuliert und gerechnet. Ich habe extra kalkuliert und gerechnet, dass ich mit dem HP durchkomme, damit ich mich ransneaken kann. Ey, so haben wir nicht gewettet, Jungs. So haben wir nicht gewettet. Ja, weil das unfair ist. Ja, Falle geht immer. Ja, geht mal raus im Zimmer. Ich muss noch die Equipment zurückholen. So. Okay, weiter. Das findest du never. Das war auch heftiges Versteck. Okay, 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 okay. Tanzt doch mal. Ich habe auch heftiges Versteck, Max. Du standst gerade in der Türe einfach. Ich bin da nicht vorbeigegangen und er stand so in der Türraube. Tanzt doch mal. Ich bin safe, so kompetent, dass du mich nicht findest. Ich tanze einfach weiter. Man, ich tanze auch einfach weiter. Wow. Ey, so nicht. Freddy, nein. Du hast mich versteckt. Nein, ich fliege nicht. Nein, nein, nein. So nicht, Freddy. So nicht. Aber du darfst es mitsuchen. Ja, du darfst es mitsuchen. Oh Gott, ich habe das ein Haus jetzt hier komplett zerstört. Das ist das komplette Haus. C4 würde ich sagen, ist er vielleicht doch ein bisschen zu stark für diesen Spielmodus. Das ist ab jetzt verboten. Max, ich weiß, dass du hier bist. Hey, ich habe dich doch gehört. Nein. Oh, Digger, okay. Nice, 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 nice. Stein, jetzt bist du dran. Ich kann dir genau sagen, wo der ist. Ich bin mir so sicher. Okay, 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 okay. Bereit? Stein. Ah, nee. Hä? Hä? Ich weiß nicht hier. Aber es hat auf jeden Fall von hier geklatscht. Hängt hier oben auf dem Dach? Hängt hier oben am Dach? Geh weg! Hör auf! Das ist verboten! Das ist nicht erlaubt! Offen! Das ist nicht erlaubt! Hör auf, alles kaputt zu machen, du Dummkopf! Mann, Alter! Okay, ich würde sagen, wen habe ich jetzt erst gefunden? Mich hast du gefunden, Alter. Ja, Freddy, dann mach dich auf und such uns, mein Freund. 50 Sekunden! 3, 2, 1, okay. Kommst du? Gut, ich komme jetzt in die Stadt, ja. Komm jetzt in die Stadt. Kacke, Alter. Bin so weg, Versteck. Ah, Junge, ich dachte gerade schon, Max, ich dachte gerade, das wäre er gewesen, Alter. Ich habe mich schon so demütig dahingestellt und dachte, so schieß es mir in den Kopf, Alter. Oh mein Gott, Junge. Aha. Ähm. Der Herr Senior, wo ist er denn? Nirgendwo. Ist das dein Ernst? Ich habe dich doch hier gerade nachladen hören, als ob... Alter. Ich bin weggelaufen. Ah! Hammer! Oh Mann! Ich bin weggelaufen! Mann! Ja! In der Ecke! Hey! Stopp, Alter! Hey, Mann! Hier. Ich bin weggelaufen! Oh Mann, Junge! Ich bin weggelaufen, ich bin weggelaufen, ich bin weggelaufen, ich bin weggelaufen, ich bin weggelaufen. Moment mal, Revi, wo bist du gerade? Revi, wo bist du gerade? Ich wollte gerade sagen, Revi! Nein! Okay, nice. Junge, Alter. Er war einfach direkt neben dir, so wie er die ganze Zeit so hin und her getestet hat. Ich habe mich so umgedreht. Er ist die ganze Zeit hinter mir hergelaufen, ne? Das war so dumm, Alter. Er wollte Mindgames spielen, Digga. Okay, Stein! Stein! Es ist an der Zeit, wenn ich mal ein bisschen so tanzen. Komm mal her, tanz mal. Doch, 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 doch. Ja! Hey, Kamalewand! Hä? Was? Nein, 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 er trollt rein, er trollt rein, er trollt rein. Ja, auf jeden, Alter. Never. Stein, tanz doch mal. Ja, die tanz zu da. Ja, Junge, das ist das Ziel. Das Schaffen. Wo war er? Ja, auf so einem äußersten Turm irgendwie. Ach, Junge. Und das so ein Drachen. Ach, Junge, Junge, Junge. Okay, ich würde sagen, wir legen jetzt nochmal eine Schaufel drauf, ein Schüppchen. Und genau das. Und holen Standardskill dazu anstatt einfach Stein. Nein! Wir bauen jetzt hier oben nochmal eine wunder, wunder, wunderschöne Etage mit ein paar kleinen Gebäuden hier drauf, die wir... Junge, aus welchem Grund? Aus welchem Grund, Max? Aus welchem Grund? Guck mal, du kommst an, kriegst direkt einen Headshot, Alter. Aus welchem Grund, Max? Aus Provokation. Ja, Max, aber du hast gesehen, was dabei passiert. Du hast gesehen, was dabei passiert. Du kriegst auch umsack. Direkt Problemjugendliche, Alter. Was ich auch glücklich gemerkt habe bei deinem Videoreview. Was? Du hast nur reingekattet, wie du mich umgebracht hast, aber nicht, wie ich dich zweimal davor weggaun habe. Das ist nie passiert. Richtig. Das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Also, ich würde sagen, wir bauen uns hier nochmal ein paar kleine Häuser hin, die mit kleinen Brücken und sowas verbunden werden, damit das nochmal richtig schön hier horizontal nach oben geht, Leute. Das ist richtig cool. Ja, danke dafür, Epix, dann. Lasst euch einfach ein bisschen kreativ Luft, Leute. Ja, voll. Auf jeden Fall. Macht's euch, macht's euch hier frei. Was baut ihr hier, Alter? Das sieht voll schade aus. Hört doch mal auf, Junge. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, stopp mal. Jetzt mal real rap. Wer hat den Baum hier weggemacht? Wer hat den Baum hier weggemacht? Keiner. Ey, Mann, Junge, was soll denn? Ey, Digga, guck mal. Wer sucht? Ich cry, Max. Ja, komm, versteck durch. Okay. Und ich komme. Nein. Doch, ich bin hier schon seit 20 Sekunden. Alpha, man darf nicht die ganze Zeit zubauen. Dein Onkel. Dein Onkel. Dein Onkel. Ist Tanzverbot, Alter. Ey, ist das so erlaubt, dass man die ganze Zeit wegbauen darf und so? Was macht ihr, Alter? Schau auf ihr mal ein bisschen hinterher. Was macht dieser Stein, Alter? Ey, war treibt komplett, ne? Aber egal, Endstation. Du wirst sehen. Ist das eine öffentliche Drohung hier? Du wirst sehen, Alter. Okay, einmal tanzen. Uuuh, Alter, knapp. Digga, knapp. Boah, wenn du wüsstest, Max, wenn du wüsstest, Alter. Okay, einmal noch mal tanzen. Das Ding ist halt... Ah, nein. Das Ding ist halt... Ich glaube, ihr hängt alle oben auf dieser Ebene, ne? Ist halt saudumm. Ich habe noch keinen von euch gesehen. Ihr hängt alle oben auf dieser Ebene. Ist saudumm. Ja, jetzt darf ich ja mitmachen. Du darfst aber nicht vom Himmel aus gucken, wo ich bin, ne? Ja, kann ich doch nicht. Du bist auf der unteren Ebene. Das heißt, er ist oben. Das heißt, er ist oben. Jetzt nicht mehr. Ja. Du hast ja bestimmt selber in dein eigenes komisches Haus. Okay, können wir einmal tanzen? Was machst du für einen Tanz? Für einen User-Tanz. Soll ich nochmal? Ne, ne, warte. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ich höre nichts. Ich höre auch gar nichts. Ey, was? Ich höre sogar Steps bei mir in der Nähe. Diese scheiße Fliege, Mann. Verpässt mich aus meinem Leben. Heavy Cats. Ich tanze die ganze Zeit schon. Der Typ ist so schlecht in dem Game, Alter. Wahnsinn. Ich? Ja. Hä? Ich hab dich gefunden. Hä? Er flüchtet. Er flüchtet. Er flüchtet. Ey, Rapska. Bist du unterwegs? Ja. Tanz mal. Oh mein Gott, als ob ich jetzt so wegkomme. Hä? Wow, was geht? Oh, sorry. Nein. Warum bist du weggeraten vorher? Ey, ich bin nicht weggeraten. Ich bin auf die Zunge gelaufen. What's up? Digga, das ist nicht das Hide and Seek. Warum schießt du mich ab? Ich dachte, es wäre PvP-Battle. Nein. Okay, Jungs. Ich glaube, ich glaube fast schon. Es ist jetzt nochmal. Ja, komm. Warte, bring mich kurz um. Hier, Stein, wenn du möchtest. Easy to do. Let's play. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Ich würde. Halt's Maul, Mann! Ich würde sagen, wir gehen das nochmal ganz. Bringt euch mal alle um. Fliegt mal mit mir nach Wailing Woods. Wir machen den Wailing. Ruhe! Wir machen den Wailing Woods nochmal eine Etage an Holz. Und dann spielen wir nochmal eine Runde in Wailing Woods. Okay? Als riesigen E- Wailing Woods, eine Etage an Holz? Bist du wahnsinnig? Ist doch nicht schwer, Alter. Okay, gut. Okay, hört mal ganz was auf zu bauen. Es ging eigentlich um so ein kreisrundes Ding. Einmal um das Labyrinth rum. Wisst ihr, was ich meine? Um was was? Labyrinth, Mann! Hör auf jetzt! Das ist nicht witzig, Alter! Das meinst du doch nicht ernst! Niemand sagt Labyrinth, Alter. Labyrinth! Was ist los bei dir? Bist du eine Kakerlake oder so? Ich war auch von der... Bauch kaputt, Mann! Nein! Labyrinth. Labyrinth, Alter! Was ist bei ihm? Hör auf, wie es zu mobben! So, seht ihr das hier gerade, was ich mache? Einmal ist es so ein Eis. Ja, ich sehe dein Labyrinth. Alles gut. Es ist kein... Es ist ein Labyrinth erstmal, ja? Und außerdem baue ich hier gerade kein Labyrinth. Labyrinth machst du? Einfach durch die Bäume willst du sowas machen, oder? Ja, aber halt nur eine so eine kleine Ebene, also nur ein Kreis, auf dem man sich quasi verstecken kann. Aber sollen wir das jetzt zumachen oder nicht? Ne, das kann in der Mitte offen bleiben, weil da ist ja das Labyrinth. Achso. Habe ich mir absichtlich gemacht. Wieso baut ihr in der Mitte doch zu, ihr Idioten? Das ist lustig. Man! Okay, ich gehe jetzt in die Mitte. Ihr versteckt euch hier irgendwo. Ja. Und los. Ich zähle runter von 10, 9, 8, 2, 1, 0. Ich komme. Also es ist okay, wenn ich jetzt im Labyrinth bleibe, ne? Ja, ist es. Alphastein, dazu sage ich jetzt nichts. Hä? Was geht? Was? Ewiger Sieg. Hä? Hä? Das ist disconnected. Ach, Alphastein, ist es dein Ernst, Digga? Wieso hat sie gewohnt? Gut, Leute. Die Baumäuse, die save ich mir dann für eine andere Truppe. Zumindest eine Truppe ohne Alphastein. Alphastein, lass den Daumen nach oben dauern. Alphastein. Halt es auf. Alphastein, ganz kurz an dich. Ähm, Alphastein. Ja, ich sehe mich. User in your channel, you're banned from this time. So, Leute, das war es von diesem wunderschönen Video. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich damit und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schaut gerne bei... Boah, diese Missgeburt. Was geht, Bruder? Schaut gerne bei iCrymark vorbei und bei Freddy. Ich glaube, das waren alle, die hier dabei gewesen sind. Und das war es von diesem Video. Macht's gut, Jungs. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.